So Freunde, heute kommt die Wiedergutmachung vom Delikopfer von gestern. Da ist mir ein Malheur passiert und ich habe den Kopfbau aus Versehen gelöscht. Und deswegen mache ich das Ganze nochmal genauso wie gestern. Und wir haben hier diesen sehr, sehr geilen Oldschool-Funnel. Gibt es bei Russian Hooker, diesmal wird das auch verlinkt sein unten, zu kaufen. Und ihr seht schon, an dem Kopf ist etwas anders als an anderen Funnels. Wenn ich mal einen zum Vergleich nehme, hier kommt was raus, hier nicht. Das ist also wortwörtlich ein Funnel, also Trichter. Und diese Art von Köpfen habe ich so auch noch nicht gebaut bis jetzt auf gestern. Und ich habe mir einfach ein paar Videos von Russen angeschaut, wie die das so machen. Also die meinen bauen das dann mit einem Lotus. Aber bei diesem hier, der ist eher für Overpacking geeignet, so wie ich das sehe. Denn der hat ein sehr, sehr flaches Tipp. Also wenn man hier einen Aufsatz drauf machen würde, wäre darunter noch sehr wenig Platz für Tabak. Und deswegen werden wir das heute overpacken. Das findet ihr immer sehr, sehr interessant, wenn ich das mache, Overpacking baue. Und als Tabak werde ich den Adalia 2 App nehmen. Das hat sich gestern auf jeden Fall bewährt, hat top funktioniert. Und ja, wie ich das Ganze machen werde. Zuerst einfach ein Hygienemundstück hier in die Mitte rein. Sonst mache ich das selten. Aber hier ist das eigentlich notwendig, weil man sonst sehr viel Tabak in das Loch reinkriegt. Und jetzt werde ich einfach hier rundherum bauen, auf etwa diese höhere Höhe hier. Also wirklich sehr weit über den Rand hinein. Manche würden sogar noch höher bauen, so richtiges Overpacking. Aber ich mag das, wenn es so diese Höhe hat. Das mache ich kurz im Zeitraffer. Das muss man dann einfach schön hier verteilen rundherum. Und dann zeige ich euch gleich, wie das fertig aussieht. So, sieht nun der fertig gebaute Kopf aus. Ihr seht, hier habe ich einfach wirklich schön drüber gebaut. Fast einen Zentimeter, vielleicht etwas weniger. So baue ich meist mein Overpacking. Und jetzt kann man hier einfach den Stopfen in der Mitte rausziehen, ganz vorsichtig. Und jetzt habe ich etwas Tabak mitgenommen. Aber ihr seht jetzt, hier ist immer noch das Loch in der Mitte vorhanden. Und jetzt werden wir dann gleich die Alufolie drüber spannen. Und ja, ich habe leider im Moment keine Pantsalufolie mehr. Aber das geht auch mit vier Lagen Haushaltsalufolie. Ist meist etwas schwierig, aber wenn man das so schön glatt zusammen macht, geht das eigentlich ziemlich gut. Und jetzt muss man das einfach schön runterspannen, also dass der Tabak runtergedrückt wird. Einfach drüber und runterziehen. Und da entsteht dann ein kleiner Buck, der voll mit Tabak ist. Und so wird der Tabak auch noch etwas komprimiert. Und ich habe schon länger nicht mehr mit der Alufolie gespannt. Perfekt. Das war wohl nichts. Das machen wir gleich nochmal. So, aber jetzt könnt ihr auch schön sehen, dass der Tabak jetzt hier nach unten komprimiert wurde. Und das Loch in der Mitte immer noch am Start ist und etwas weniger spannen. Ich bin mir da die Pantsalufolie etwas zu sehr gewöhnt, bin etwas verwöhnt damit. Also ich empfehle euch generell immer noch Pantsalufolie zu nehmen. Macht das Ganze um einiges einfacher. Und jetzt bei der Lochung ist sehr, sehr wichtig, dass ihr wirklich tiefe und grosse Löcher macht. Weil sonst werdet ihr da safe Durchzugprobleme haben. Also da könnt ihr ruhig ziemlich grosse Löcher reinmachen. Und die auch schön tief reinstechen, wie ihr hier sehen könnt. Also einfach wirklich schön grosse Löcher. Sonst habt ihr dann wirklich Durchzugsprobleme. Und auch etwas geneigt reinstechen, dass die heisse Luft durch den Tabak durchströmen kann. Und dann in die Mitte ins Loch reingeht. Und so sieht das dann etwa aus, wenn das fertig ist. Ich schauche das immer mit einem Gitter. Weil wegen der kleinen Wölbung hier würde es mit einem Kamingitter etwas wenig Kontakt geben. Aber so sieht das dann eigentlich fertig aus. Und wir probieren aus, ob das auch funktionieren wird beim Rauchen. So Freunde, dann komme ich auch schon wieder zum Fazit. Ihr seht es, Rauchentwicklung und Durchzug sind auf jeden Fall da. Ja, nochmal ganz wichtig beim Overpacking. Zuerst die Kohlen drauflassen, 5-10 Minuten. Damit das Oben alles schön abbrutzeln kann. Und ich hebe dann auch meist die Alufolie noch etwas an nach dieser Zeit. Einfach die Kohle runter und dann mit der Zange in die Löcher rein und da etwas hochheben. Und dann habe ich eigentlich immer Top-Durchzug. Und ich finde, beim Overpacking hat man nochmal einen viel intensiveren Flavor. Weil der halt extrem viel Hitze bekommt, aber nicht verbrennt. Also das Ganze kratzt überhaupt nicht, wenn man das richtig macht. Und am Anfang genug lang stehen lässt. Und in dem Funnel funktioniert das top. Ich denke, das wird mein neuer Lieblings-Overpacking-Funnel. Macht echt Spass, den so zu bauen. Und es funktioniert auch echt super. Schade, da habe ich keine Pfandsalu hier. Aber ich würde sagen, voller Erfolg. Ich hatte jetzt ja gestern zum Planieren. Aber kann ich nur empfehlen, wenn ihr euch mal da ranwagen wollt. Natürlich ist es nicht ein schnelles, schnelles Setup, das man einfach kurz baut. Da muss man sich etwas Mühe geben. Aber dafür kann man den Kopf danach umso mehr genießen. Und ja, Freunde, das war es auch schon für heute. Ich wünsche euch allen noch einen guten Raufen. Wir sehen uns morgen wieder.